Äh, ein kleiner Creeper. Boah, die sind mir auch ungeheuer. Kann man die... Hallo, du bist hässlich. Aber ich glaube, das hast du gewusst. Und warum bist du explosiv? Kannst du das mir verraten? Warum bist du explosiv? Hör doch auf! Und das Wasser hat gar keinen Schaden genommen, der Wasser. Ja, der Wasser ist noch immer ganz heile. Oh ne, und das Geklimper kotzt mich ja jetzt schon wieder an. Komm, wir nehmen mal ein bisschen was mit. Ich muss mal ein paar Kühe hier klar machen. Ja, Kinder, schaut einfach weg. Das ist der Lauf der Natur. McDonalds sind fast täglich mit hunderttausenden von Kühen. Ja. Haben wir Weizen? Weizenkörner. Pam. Und ich weiß nicht wie, äh... Hallo. Auch ein Creeper bei unserem Haus. Das ist ja der ganze... Hör mal, was macht ihr denn ihr für eine Party hier? Klappe! Aua! Ach, ne Spinne. Wisst ihr, was macht euren Zirkus doch alleine? Am Morgen verbrennt er sowieso. Es ist halt wie die Rentner, die ihre Rente abholen wollen. Hallo, Schaf. Du bist der Einzige, der mich versteht. Dafür musst du jetzt sterben. Es tut mir leid. Okay, es tut mir leid. Aber ich brauch die Wolle. Ich will ein Bett haben. Und für ein Bett brauche ich nochmal Wolle. Das musst du doch verstehen, Schaf. Geh mal von meinem Haus weg! Was hast du für ekelige Beine? Oh. Aber ich glaub, man kann die auch einfach umbringen. Nein, 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 nein. Ziffix nochmal! Oh, da ist ja eine Mine. Was hat er denn da ausgegraben? Hm, gibt da nichts da auch nicht. Aber wenn das so weitergeht, ist das hier die ganze Umgebung echt verschandelt. Was war das? Ah ja, eine Spinne. Alter! Tun die irgendwas den Kühen? Geh mal weg! Geh doch weg! Oh. Ähm. Wir machen dann auch so langsam uns aber sicher mal den Abgang, würde ich vorschlagen. Ich glaub, die kommen auch irgendwie hier unendlich, oder? Hier kommt unendlich, ne? Kommt die unendlich? Strickiger! Alter, hier sieht's aus wie nach einem Battlefield 4-Gefecht, Mann. Voll weggesprengt alles. Wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. Ich geh jetzt nach Hause. So. Meine kleine Jagdhütte hier. Mach mal auf da. Zu den Schub. Gut, Kohle. Oh je. Wie geht das? Wir brauchen wieder Stöcker. Mhm. 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 Ich hab' ein paar Stock. So. Und Shift, muss ich mir noch merken. Und Kohle. Und Fackeln. Davon machen wir jetzt gleich mal ne ganze Armee. Nicht wegwerfen. Oh ja, Fackeln. 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 Oh. Ja. Was ist gegenüber? Nee. Oh. Viel besser. Kriegt ihr dadurch Schaden? Kriegt ihr dadurch Schaden? Verstehst du richtig verbrennen solltet ihr? Geh mal von meinen Kühen weg, ey Spinne du. Müssen wir uns auch was essen. Wir sind kritisch. Wir sind in einem kritischen Zustand. Oh. Ich find's ziemlich geil, dass die hier nicht durchkommen. Also. Zack. Und den Rest der Kohle. Damit machen wir uns mal was Schönes. Und den Rest machen wir halt dann mit Holz. Müssen wir uns jetzt ordentlich was auf den Grill schmeißen. Ja. Viel geiler so mit Feuer. Hier unten auch noch eins. Oh. Sieht doch schon richtig schön aus. Warte. Das machen wir noch gescheit. So. Gescheit. Gescheit, vor Storch. Ich komme aus dem Schwabenländle. Also. Es sieht mir noch alles hier noch irgendwie sehr unbequem aus. Vielleicht bauen wir uns das Bett hier rein eigentlich am Ende. Denk ich mal macht am meisten Sinn. Weil hier unten ist schon so eine kleine. Ja hier unten haben wir schon mal unsere Ruhe auch vor schlechtem Wetter sozusagen. Oh. Und eine Kohle sticht hier mal locker alle. Äh brennt hier mal für alle gleichzeitig sozusagen. Wir nehmen schon mal raus was schon mal fertig ist. Weil wir haben Hunger. So. Oh. Und da kommt die Heilung zurück. Und es ist einfach schön. Ja. Die Nächte sind ganz schön lang. Wir machen mal da oben noch eine hin. Warte mal. Gib mal her. So. Ich baue mir doch wieder hier das zu. So wie wir es schon hatten. Moment. Und jetzt hier vorne eine Fackel dran. Nicht da. Sondern hier. So. Dass jeder schon mal Bescheid weiß. Das ist unser Place. Na. Bogenschützer. Wir sind sehr gut im Schießen. Aber anscheinend nehmen die Zombies dadurch gar kein Schaden. Was schade ist. Oder? Au. Mann. Siehst du nicht, dass ich hier baue? Au. Kleine. Dreckige. Wenn nicht dein Kollege Bogenschützer da unten wäre. Die hätte ich jetzt abgeholt, Mann. Davon kann es aber ausgehen. Wie viel Wolle haben wir? Weiße Wolle. Wir brauchen noch eine. Ja, jetzt haben wir auch Essen dabei. Boah. Und ich bin langsam ganz schön überfordert, was das Itemmanagement angeht. Legen wir uns das hier wieder hin. Knochen. Können wir mal dazu packen. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Pfeile auch wegfaden. Alles. Keine Ahnung, wofür wir das alles brauchen. Ah, genau. Das wollte ich ausprobieren. Im Ofen. Ob wir nämlich. Danke. Die Kohle gibt es noch. Ob wir nämlich. den Sand. Verarbeiten können. Ja. Tatsächlich. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt, Leute. Da bin ich mit meinen eigenen. Genialen. Ja. Ist ja gut. Ich lasse schon. Da bin ich selber drauf gekommen. Hey, boah. Krass. Hallo. Warum bist du nicht tot? Kannst du es mir verraten? Nein. 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 Übrigens auch einen Insider habe ich rausgefunden. Jetzt wieder. Insider, ja. Wahrscheinlich ganz pure Minecraft Basics. Einfach immer nach hinten. Nein. Ach, Mann. Oh, nein. Leute. Wenn ihr hier nicht aufhört, mir bald die ganze Gegend hier um die Ohren zu jagen. Wie soll ich denn hier was Schönes bauen? Bin ich noch nie denken. Darf ich das wieder alles auffüllen? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns ein anderes Plätzchen suchen. Boah, und diese Geräusche, hey. Gehen wir mal zur Farm runter. Ja, wir können uns das hier als kleines Nebendomizil durchaus schon mal lassen. Zack. Ups, das war zu früh. Macht aber gar nichts. Zack. Zack. So. Fackeln. Den können wir auch mal lagern. Weizenkörner. Sehr gut. Da setzen wir gleich wieder neu. Und dann können wir auch den Q-Bestand sichern. Ja, wie gesagt, nach der Session, weil ich hier gerade eine komplette Aufnahmesession setze, kann ich leider nicht rausgehen und nachschauen, sonst hätte ich jetzt schon nachgeguckt. Aber nach der Session weiß ich mehr. Dann weiß ich, wie wir uns die Tür zulegen. Und ich werde mich da auch darum kümmern, dass wir Rüstung bekommen. Zack. Und zack. Alle verliebt? Bist du auch verliebt? Schön. Liebe ist doch schön. Nun was jetzt? Das bringt mir gar nichts, eure Liebe. Bäh. Ihr seid eklig. Oh. Na, na, na. Erfahrung gekackt. Da bin ich dabei. Gib her. Bam. Boom. So. Und ich glaube, wenn so Hardcore-Minecraft-Spieler das sehen, hey, die wird total ausfüllen. Was macht der denn da? Stellt der da eine Tür hin? Dann hat er jetzt nicht eine Tür hingestellt. Doch. So. Spinnenauge will ich nicht. Bäh. Was passiert, wenn wir das essen? Sollen wir das essen? Wir essen es. Essen. Essen. Geht nicht. Weg damit. Gehen wir noch mal zurück zu unserer kleinen Jagdhütte. Die uns als erste Bastion. Da werden wir jetzt erst mal ein Dach drüber setzen. Das reicht mir langsam. Hier mit dem reinregnen und so. So. Und danach gehen wir gleich her und werden uns. Wie bauen wir am besten ein Dach? Kein Plan. Kein Plan. Probieren. Geht lieber studieren. Einfach so, würde ich mal annehmen. Warum baue ich das so komisch? Ja, weil da die Fackeln hängen. Macht das Sinn? Eher weniger. Aber dann haben wir ja gar keinen Platz mehr mit der Treppe. Hm. Hm, hm. Kniffelig. Was war das? Mach mal mal das hier weg. Das nehmen wir so als Aufgang. Aber dann regnet es halt da noch rein. Gut. Besser nur da als überall. Und Leute, ich weiß gar nicht, ob man so überhaupt Dächer baut. Das ist jetzt das erste Plumpe, was mir eingefallen ist irgendwie. Machen wir es einfach mal. Und auch cool mit anzusehen, wie das Licht dann darauf reagiert. Finde ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Hätte ich mir bei Minecraft gar nicht vorgestellt. Dass es dann wirklich auch dunkler wird. Und dass man auch wirklich da dann für Fackeln und Licht sorgen muss und Beleuchtung. Ne, das macht man hier nicht. Axt. Zack, zack, zack. Alles weg. So. Schön. Ja. Kommen wir da auch überhaupt runter? Ich habe es mir schon fast gedacht. Müssen wir hier so offen lassen, oder? Lassen wir einfach mal so. Ja, sieht es ja schon mal richtig gemütlich aus. Hier hör mal. Da regnet es zwar rein, aber hey, so eine kühle Brise, eine kühle Brise so nachts, ist auch nicht unbedingt immer verkehrt. So, unten noch eine Holztruhe. So, zack, 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 rechtsklick gedrückt halten, haben wir jetzt gelernt. Noch eine Runde. Einer geht noch. Einer geht noch. Nein. So. Sip. Tür. Sip. Ich weiß noch gar nicht, für was wir die brauchen. Aber ich mag es, dass wir das schon mal haben. Können wir eigentlich mal... Warte mal. Gehen wir die Axt. Kriegen wir die dann wieder? Ja, wir kriegen die wieder. Ganz lieb. So. Da setzen wir nämlich mal zwei nebeneinander, würde ich vorschlagen. Dann haben wir hier wirklich so einen richtigen Vorratsraum. Geht das? Nein, das geht nicht. Gut, dann würden die sich wie schlecht wahrscheinlich nochmal verbinden. Ist okay. Ne, da will ich die nicht haben. Machen wir die mal so ein bisschen irgendwie auch daneben. Ja, weißt du was? Wir machen die hier. Und die machen wir auch auf der gleichen Höhe, damit das auch wenigstens nach was aussieht. So, und dann haben wir hier, können wir eigentlich mal massenhaft Nahrung bunkern. So, macht so ein bisschen so für den Spaß, als wenn das, als wenn, ähm, Schwarzpulver. Das lagern wir natürlich. So, als wenn das, ähm, und wir werden die Nahrung auch gleich immer zubereiten. Ah, achtmal Glas haben wir am Start. Deluxe. Möchte mich ja fast mal selber loben. Hier oben können wir so die ganzen Baumaterialien lagern, die wir ja mal schon so finden. Eisenerz, die Zäune. Und unten legen wir uns das Essen hin. Das machen wir so. Weil dann, äh, können wir mal unten alles voll mit Essen ballern. So, dann nehmen wir auch mit. Dann können wir unten mal alles voll mit Essen ballern. Und da oben, Bruchstein. Warte, das kann man ja auch so machen. Genau, yeah. So kann sich das dann selber auffüllen. Bruchstein. Ne, das nehmen wir mit. Und den Bruchstein nehmen wir auch mit. Da müssen wir den nicht immer erstmal gleich wieder abkloppen. Wofür die Eier sind, noch keinen Plan. So, gehen wir mal runter. Und machen uns hier die Truhe machen wir uns voll mit Fressen. Da holen wir einfach Stumpfessen rein. Dann haben wir auch schon mal gleich eine Aufgabe. Tja, jetzt wird es wieder blutig. Liebe Kühe. Spinne, du darfst gehen. Merci. Ach ja. So, der Lauf der Dinge. Können wir die Kühe nicht irgendwie einfach streicheln? Oder können die nicht einfach so ihr Fleisch verlieren? Tut mir schon so ein bisschen leid. Wenn es jetzt irgendwelche Wildlaufkühe wären, wäre es mir völlig egal. Völlig egal wäre es mir da. Aber da das unsere Kühe sind, da tut es mir fast schon leid. Vor allem, dass die Kinder da noch zugucken müssen. Wir sind richtig schlimm. Aber wir sind ja auch ein Spartaner. Und das ist bei uns normal. So, hier bitte nicht hingucken. Wer in Minecraft schon öfter gespielt hat, weggucken. Ganz schnell weggucken. Bam, bam. Macht mal Nachschub. Und, äh. Ach, das geht aber schnell. Möchte man fast sagen, Gott sei Dank geht es bei uns nicht so schnell. Ich glaube, es ist eine andere Art Kuh oder irgendwas. Was ist das? Ein Lama oder so. Oder irgendwas hässliches. Und ihr hört bitte auf, den Eingang zu verstopfen. Und die Mutter mit ihrem Kind, die kann ich nicht umbringen. Aber dich. Nein, nein, nein. Ist okay, gleich vorbei. Gleich vorbei. So, diese ganzen Wildlaufkühe hier drüben, die ziehen wir uns mal alle an Land. Die sind unnütz. Weg, das wollen wir nicht. Gehen wir richtig schön auf Nahrungsfang. Haben wir alles? Ja. Lalalala. Vielleicht finden wir bei unserer Schlacht, Schlacht-Tour hier auch mal irgendwas Schönes noch. Vielleicht wirklich einen schönen Berg oder eine schöne Gegend. Ja. Au, au, au. Eine schöne Gegend, wo es sich lohnen würde. Auch mal vielleicht eine neue Behausung aufzuschlagen. Wow. Wo ist die gerade mit einem Schlag drauf gegangen? Gehen wir immer 어디른's nations? Wie ist es herausforder? Ja, oder? Musik. Wie ist die die gerade? 음악 und höre. dislocation und höre. Wie ist es daher, was wir publishers? Wie ist das hier? Jug Tim. Wie ist das Love Dunk macht? Wo ist dasso��ig? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020